Es ist nicht das erste Mal, dass Verteidigungsministerin Lambrecht Kritik auf sich zieht. Dass ihr Sohn sie auf einem dienstlichen Flug im Hubschrauber begleitet hat, war schon Thema. Oder auch die Schuhe, die sie bei einem Truppenbesuch in Afrika trug. Nun geht es um ein Video, ein privates, wie das Ministerium ausdrücklich betont, das Lambrecht zum Jahreswechsel ins Netz gestellt hat. Darin spricht die SPD-Politikerin auch vom Ukraine-Krieg, während im Hintergrund das Silvesterfeuerwerk in den Berliner Himmel schießt. Was war das für ein Jahr, dieses Jahr 2022? Ich fand es unglaubliche Herausforderungen gestellt, mitten im Europa tot ein Krieg. Damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Viele, viele Begegnungen mit Sankt und Tolberg. Dafür sage ich ein herzliches Dankeschön. Zu denen, die diesen Auftritt Lambrechts kritisieren, gehört Unionsfraktionsvize-Wadefuhl. Im ARD-Morgenmagazin forderte der Verteidigungsexperte, Kanzler Scholz müsse handeln, auch im Interesse des Ministeriums. Sie hat keinen Rückhalt mehr, weil sie nicht versteht, dass sie dort nicht als Christine Lambrecht auftritt, wenn sie so ein Video dreht, sondern als Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt über die Bundeswehr, als Vertreterin eines zentralen Ressorts dieser Regierung, als Vertreterin Deutschlands auch im Ausland. Und wenn man in diesem Szenario davon spricht, dass man tolle Begegnungen gemacht hat in Zeiten, wo Krieg herrscht, dann muss ich sagen, ist da eine Ministerin, die überhaupt nicht weiß, was das Amt erfordert. Eine Ministerin, die Deutschland schlecht vertritt. Und eine Ministerin, die die Soldatinnen und Soldaten nicht mitnimmt, nicht zuerst an sie denkt, sondern an sich selber denkt. Insofern, sie ist falsch am Platze. Nachgefragt dazu bei unserer Korrespondentin Claudia Buckenmayer in Berlin. Deutschland diskutiert also über das Video von Verteidigungsministerin Lambrecht. Eben gerade haben wir schon die Opposition, die CDU, CSU gehört. Was ist denn aus der Koalition zu hören? Nicht wirklich viel, um ehrlich zu sein. Weder ganz offene Kritik, aber eben auch keine wirkliche Verteidigung. Da heißt es dann, der Rahmen für dieses Video sei doch etwas unglücklich gewählt worden. Oder man sagt, man sehe keinen Anlass, das zu bewerten. Oder man sagt, die Kritik der Union daran sei doch etwas übertrieben. Aber das alles ist keine wirklich vollmundige Verteidigung dessen, was die Verteidigungsministerin da in der Silvesternacht abgeliefert hat als Video. Aber es ist eben auch keine offene Kritik. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, man hofft, dass dieser Sturm in Anführungszeichen möglichst schnell vorüberziehen werde. Aber es ist ja nun nicht das erste Mal, dass Christine Lambrecht, sagen wir, zielsicher ins Fettnäpfchen tritt. Denken wir da nur an die Helikopteraffäre, als sie ja ihren Sohn im Regierungshubschrauber mit auf die Insel Sylt nahm. Und wir haben es eben gerade schon gehört, da gibt es ja nun offene Rücktrittsforderungen. Wie schätzen Sie, dass denn ein Wackelt, Christine Lambrecht? Also bisher habe ich ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass sie wirklich wackelt. Weil da gucken alle Richtung Bundeskanzler Scholz. Und der hat sich bisher nicht von ihr distanziert. Er hat sie sogar mehrfach unterstützt. Er hat im vergangenen Jahr darauf hingewiesen, dass sie ja schließlich auch ein schweres Erbe angetreten habe. Dass es eine Unterfinanzierung der Bundeswehr gäbe und dass sie diese jetzt ausgleichen müsse. Und er ging dann sogar so weit, vor gut zwei Wochen, hat er in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt, sie sei eine erstklassige Verteidigungsministerin. Ob er davon jetzt wirklich überzeugt ist oder ob er das macht, um sie nach außen hin zu verteidigen, vermag ich nicht zu sagen. Aber im Moment gibt es keinen Hinweis darauf, dass er wirklich von ihr abrücken würde. Aber wie kann denn das immer wieder passieren? Kann man Christine Lambrecht vielleicht als beratungsresistent bezeichnen, angesichts ja ihrer mehrfachen Fehltritte? Das tun auf jeden Fall etliche Politiker, dass sie ihr genau das vorwerfen. Man hört es auch immer wieder aus Militärkreisen, aus Bundeswehrkreisen, dass ihr genau das vorgeworfen wird. Man muss aber auf der anderen Seite natürlich auch sehen, ohne jetzt dieses Video verteidigen zu wollen, das Bundesverteidigungsministerium ist ein wirklich schwieriges Ministerium und wurde immer schon wieder als Schleudersitz für Minister, für Politiker bezeichnet. Sie ist ja nicht die Erste, die derartig unter Beschuss geraten ist. Allerdings mit dem, dass sie eben auch sehr viel dafür tut, dass diese Kritik laut wird. Es gab andere Verteidigungsminister, die ihren Hut nehmen mussten, wie zum Beispiel damals Rudolf Scharping, der versucht hat, das Beschaffungswesen zu reformieren und dann letztendlich auch über seinen Umgang mit seinem Privatleben gestolpert ist. Oder auch, wenn man jetzt an den CSU-Politiker denkt, zu Guttenberg, der damals die Bundeswehr reformieren wollte, der sie deutlich verkleinert hat und dann über eine Plagiatsaffäre gestolpert ist und seinen Hut nehmen musste. Also von daher, es gibt eine lange Geschichte, wie schwierig es Politiker im Verteidigungsministerium haben. Aber das alles erklärt, soll nicht kleinreden, welche Versäumnisse es auch auf der Seite der Ministerin gibt. Einschätzungen von Claudia Buckenmeier. Vielen Dank dafür. Nach Berlin. Bitte.